Der Fall ist nun klar, es geht um Licht oder Dunkelheit. Und jeder muss sich entscheiden, wo er steht. Gilbert Keith Chesterton Für den heutigen Fall begeben wir uns erneut nach England. Ich dies auf ihn, als ich mich für den letzten Fall mit dem Whole Life Tariff beschäftigt habe, der härtesten Strafe, zu der man in England und Wales verurteilt werden kann und die tatsächlich relativ selten verhängt wird. Stand heute befinden sich nur vier Frauen auf der Liste, die zu dieser Strafe verurteilt wurden. Die erste war Myra Hindley, die im Jahre 1966, die letzte Lucy Ledby im Jahre 2023. In diesem Video wird es heute aber nicht um eine von diesen beiden Frauen gehen, sondern um Rosemarie West, der zweiten Frau auf der sehr kurzen Liste. Dieser Name wird euch im ersten Moment eventuell nicht viel sagen. Wenn ich aber die Cromwell Street 25 und das ehemalige Haus dort, das als Horrorhaus von Gloucester in die Geschichte einging, erwähne, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, welchen Fall ich heute präsentieren werde. Triggerwarnung, es wird in dem heutigen Fall unter anderem um schweren sexuellen Missbrauch gehen, auch begannen gegenüber Kindern. Wer sich das nicht angucken kann, bitte skippen oder nicht alleine gucken. Frederick Walter Stephen West, allgemein bekannt als Fred West, wurde am 29. September 1941 in Muchmarsel, einem Dorf in Herefordshire in England, als zweites von insgesamt sechs Kindern des Landarbeiters Walter Stephen West und der Hausfrau Daisy Hannah geboren. Die Familie habe in sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt und an manchen Tagen habe es auch nicht für etwas zu essen gereicht. Es soll eine Kindheit voller Gewalt gewesen sein, so sagte Fred West später bei den Ermittlungen aus, dass sein Vater sehr martialisch gegenüber den Familienmitgliedern vorgegangen sei. Sexueller Missbrauch und Folterung hätten zu seiner Kindheit dazugehört. So soll sein Vater sich immer wieder an seinen jüngeren Schwestern vergangen haben und hätte sogar ihn gezwungen, es ihm gleich zu tun. Der Vater habe immer wieder zu ihm gemeint, dass er mit seinen Schwestern machen könne, was er wolle. Er dürfe sich nur nicht erwischen lassen. Mit zwölf Jahren soll Fred West nach seinen Angaben auch von seiner Mutter missbraucht worden sein, vor den Augen des Vaters. Bewiesen werden konnten seine Anschuldigungen gegen die Eltern jedoch nicht werden, zumal auch seine Geschwister dergleichen abstritten. Fred soll schon in jungen Jahren handwerklich begabt gewesen sein, doch mit dem Lernen tat er sich schwer. Auch heißt es, dass er in der Schule als Muttersöhnchen gehänselt worden sei und seine Mutter des Öfteren die Konfrontation mit seinen Lehrern gesucht habe, wenn diese ihren Lieblingssohn zu Maßregeln versucht hätten. Fred soll die Schule gehasst haben und sie so bereits im Alter von 15 Jahren verlassen haben. Er wurde ein Gelegenheitsarbeiter. Im Alter von 17 Jahren erlitt er bei einem Motorradunfall eine schwere Kopfverletzung. Er lag eine Woche lang im Koma und ihm musste eine Metallplatte in den Kopf eingesetzt werden. Zudem brach er sich ein Bein, das dann für den Rest seines Lebens verkürzt blieb und er dadurch leicht humpelte. Laut Experten könnte sein geistiges Verhalten durch die schwere Kopfverletzung bereits hier beeinflusst worden sein. Auch nach Angaben seiner jüngeren Geschwister habe der Unfall die Persönlichkeit von Fred verändert. Er sei zunehmend aggressiver und gewalttätiger geworden. Nicht viel später erlitt Fred eine weitere Kopfverletzung und möglicherweise einen bleibenden Hirnschaden, vermutlich ein Frontalhirn-Syndrom, als er von einer Feuerleiter eines Jugendclubs fiel. Er lag 24 Stunden im Koma und einer seiner Brüder erzählte später, das hat ihm vermutlich den Rest gegeben. Ab diesem Zeitpunkt war er einfach unberechenbar. An dieser Stelle wurden die Quellen etwas schwierig. Fest steht, nachdem er polizeilich bereits wegen mehreren Kleindelikten bekannt war, kam es im Jahre 1961 zu den ersten Vorwürfen von sexuellem Missbrauch. Zum einen heißt es, er habe ein 13-jähriges Mädchen aus seiner Nachbarschaft missbraucht und geschwängert. Zum anderen, dass seine 13-jährige Schwester Kitty ihm im Jahre 1961 beschuldigt habe, sie seit Monaten zu missbrauchen. Auch fand ich Hinweise darauf, dass es bereits zu jenem Zeitpunkt mehrere Opfer gegeben haben soll. Gesichert ist, er entging nur knapp einer Anklage und Gefängnisstrafe wegen Kindesmissbrauches. Ein Arzt attestierte ihm epileptische Anfälle, die auf seine Kopfverletzungen zurückzuführen seien. Und Fred West plädierte auf Unzurechnungsfähigkeit. Auch soll seine Mutter ihn vor Gericht noch verteidigt haben. Doch als die Anklage zurückgezogen wurde, brach die ganze Familie mit ihm. Fred lernte schließlich die Schottin Catherine Costella, genannt Rina, kennen. Eine Frau bestrafte Diebin und Prostituierte. Auch hier waren die Quellen etwas unklar. An einer Stelle klingt es so, als hätten die beiden sich etwas nach seinem Motorradunfall kennengelernt. Dann sei Rina von einer Affäre schwanger geworden und nach Schottland zurückgekehrt. Sie sei dann jedoch wieder zu Fred zurückgekehrt. Der Betrug und die Tatsache, dass das Kind nicht von ihm sei, habe später unter anderem zu Spannungen geführt. Andere Quellen besagen jedoch, er habe sie bereits schwanger kennengelernt. Wie dem auch sei, gesichert ist, die beiden heirateten im November 1962 und Rina war zu diesem Zeitpunkt schwanger, von einem anderen Mann. Rina war zu jenem Zeitpunkt 18 Jahre alt und im März 1963 wurde ihr erstes Kind geboren, eine Tochter, die Charmaine genannt wurde. Im Jahre 1964 wurde schließlich die gemeinsame Tochter Anna Marie geboren. Liebe und Zuneigung soll es in dieser Ehe jedoch nicht gegeben haben. Rina soll weiterhin ihrem Beruf als Prostituierte nachgegangen sein. Einerseits soll Fred sie deshalb geschlagen haben, andererseits aber auch, wenn sie kein Geld mit nach Hause gebracht habe. Es sei eine On-Off-Beziehung gewesen. Die beiden hätten sich immer wieder mal getrennt. Doch Rina sei immer wieder zu ihm zurückgekehrt. Es heißt auch, dass Rina mit ihrer Mutterrolle überfordert gewesen sei. Um seiner Frau zu helfen, habe Fred eine Art Käfig für seine Kinder gebaut. Dort hätten die beiden bleiben müssen, auch wenn er im Haus gewesen sei. 1964 soll Rina auch Anna McFall kennengelernt haben und die beiden Frauen sein Freundinnen geworden. Im selben Jahr überfuhr Fred West, der als Eisverkäufer gearbeitet hatte, ein Kind mit dem Eiswagen und verlor schließlich seinen Job. Aufgrund fehlender finanzieller Mittel zog die Familie von Much Marshall in einen Trailerpark bei Gloucester. Anna McFall mit ihnen. Sie soll Rina mit den beiden Kindern geholfen haben. Fred habe dort einen Job in einem Schlachthof gefunden. Forscher sind der Meinung, dass dieser Beruf ihn brutal und besessen vom Tod gemacht habe. Es heißt auch, dass er während er in diesem Trailer in Gloucester lebte, acht Fälle von sexuellen Übergriffen begannen habe. Aber er sei aus Mangel an Beweisen nicht sofort mit diesen Verbrechen in Verbindung gebracht worden. Die Ehe sei zunehmend instabil geworden und Rina habe Fred schließlich verlassen, um mit ihren beiden Kindern nach Glasgow gehen zu wollen. Doch Fred habe das verboten und so sei sie ohne die Kinder zurück nach Schottland gekehrt. Anna McFall blieb jedoch bei Fred und kümmerte sich um die beiden Töchter. Sie und Fred seien schließlich eine Beziehung miteinander eingegangen. Als Anna jedoch Anfang 1967 schwanger wurde, habe sie Fred dazu drängen wollen, sich von Rina scheiden zu lassen und sie stattdessen zu heiraten. Doch Fred sei dazu nicht bereit gewesen und habe Anna deshalb im Juli desselben Jahres, kurz vor der anstehenden Geburt, getötet und sie in der Nähe des Trailerparks begraben. Zuvor hatte er jedoch die Finger und Zehen abgehackt. Eine charakteristische Verstümmelung, die sich bei allen Autopsien der im Jahre 1994 exhumierten Opfer als unverwechselbarer Befund erweisen sollte. Vermutlich behielt er die fehlenden Körperteile als Andenken an seine Opfer. Im November 1968 lernte Fred West schließlich Rosemary Letts kennen. Sie sollte seine zweite Frau und lebenslange Komplizin werden. Rose West wurde als Rosemary Pauline Letts am 29. November 1953 in Northam Devon als fünftes von sieben Kindern von William Andrew Letts und Daisy Gwendoline Fuller geboren. Die Mutter von Rose habe an schweren Depressionen gelitten und sowohl während als unmittelbar nach ihrer Schwangerschaft mit Rose eine Elektrokrampftherapie erhalten. Einige haben argumentiert, dass diese Behandlung pränatale Entwicklungsschäden bei Rose verursacht haben könnten, die zu ihren schlechten schulischen Leistungen und Aggressionsanfällen in ihrer Kindheit beigetragen haben dürften. Auch sie wuchs in Armut und in schwierigen Familienverhältnissen auf, denn beide Eltern litten unter psychischen Erkrankungen. Die Mutter wie gesagt an Depressionen, der Vater an paranoider Schizophrenie. Nachdem sich ihre Eltern trennten, lebte Rose zunächst bei ihrer Mutter. Doch nach etwa sechs Monaten beschloss sie zu ihrem Vater, nach Bishops, Cleve, Clustershire zu ziehen. Und das, obwohl es heißt, dass ihr Vater zu extremer Gewalt genagt habe und sowohl sie als auch ihre ältere Schwester Patricia wiederholt sexuell missbraucht haben soll. Laut Berichten zufolge soll Rose ab Beginn ihrer Pubertät, so ab ihrem 13. Lebensjahr, ihren beideren jüngeren Brüdern Graham und Gordon gegenüber selbst sexuell übergriffig geworden sein, indem sie sich entblößt vor ihnen präsentiert habe und nachts auch in deren Bett geschlichen sei. Schließlich begegnete sie Fred West, er 27, sie gerade erst 15 Jahre alt geworden. Es heißt, Rose traf Fred zum ersten Mal an einer Busthaltestelle in Cheltenham. Rose soll sich zu Beginn eher abgestoßen gefühlt haben von Freds ungepflegten Äußeren. Doch die Aufmerksamkeit, die er ihr in den nächsten Tagen zuteilwerden ließ, sollen ihr geschmeichelt haben. Täglich sei er zur selben Zeit wie sie an der Bushaltestelle gewesen und habe zweimal auch versucht, sich mit ihr zu verabreden, doch sie habe abgelehnt. Fred habe schließlich herausgefunden, dass sie in einer nahegelegenen Bäckerei arbeitete und soll eine unbekannte Frau dazu überredet haben, das Geschäft zu betreten und Rose ein Geschenk zu überreichen. Dazu sollte sie sagen, dass von dem Mann da draußen sei. Auch nach einigen Minuten habe Fred selbst das Geschäft betreten und erneut um ein Date gebeten. Diesmal habe sie angenommen. Es war der Beginn ihrer Beziehung. Sie besuchte ihn häufig in dem Trailerpark, wo er mit den beiden Kindern von Rina lebte. Anfangs habe sie sich sehr bemüht um die beiden Mädchen, habe bemerkt, dass sie vernachlässigt wurden und sie anfangs mit Fürsorge und Zuneigung behandelt. Innerhalb weniger Wochen nach ihrer ersten Begegnung habe Rose auch ihren Job in der Bäckerei gekündigt, um in Vollzeit für Fred als Kindermädchen arbeiten zu können. Es sei vereinbart worden, dass Fred ihr mehr zahlen würde, wie sie in der Bäckerei verdient habe, um ihren Eltern von diesem Jobwechsel überzeugen zu können. Vorgestellt als ihren Partner, habe Rose Fred jedoch erst einige Monate später ihren Eltern. Diese seien entsetzt gewesen. Ihre Mutter habe sein prahlerisches und arrogantes Verhalten missbilligt und sei zu dem Schluss gekommen, dass er ein pathologischer Lügner sei. Auch ihr Vater habe die Beziehung vehement missbilligt und habe Fred sogar gedroht, das Sozialamt anzurufen, wenn er weiterhin mit seiner Tochter verkehren würde. Rose widersetzte sich jedoch dem Verbot ihrer Eltern, sich weiterhin mit Fred zu treffen und so wandten sie sich diese tatsächlich an das Sozialamt und berichteten dort, dass ihre erst 15-jährige Tochter eine sexuelle Beziehung mit einem älteren Mann habe und Gerüchten nach, in dessen Wohnwagen begonnen habe, sich zu prostituieren. Das Amt reagierte darauf und Rose wurde daraufhin im August 1969 in einem Heim für problematische Teenager in Cheltenham untergebracht. Sie habe das Heim nur unter kontrollierten Bedingungen verlassen dürfen, doch an den Wochenenden durfte sie nach Hause, um ihre Eltern zu besuchen. Rose habe das jedoch fast ausnahmslos als Gelegenheit dafür genutzt, Fred zu besuchen. An ihrem 16. Geburtstag konnte Rose das Heim schließlich wieder verlassen und zu ihren Eltern zurückkehren. Zu jenem Zeitpunkt verbüßte Fred gerade eine 30-tägige Haftstrafe wegen Diebstahls und unbezahlter Geldstrafen. Nach seiner Entlassung zog er vom Trailer in einen Wohnwagen in Cheltenham und holte die beiden Mädchen Charmaine und Anne-Marie vom Sozialamt ab, denn diese mussten während seines Gefängnisaufenthaltes anderweitig untergebracht werden. Auch Rose verließ nun ihr Elternhaus und zog zu Fred. Ihr Vater unternahm nun einen letzten Versuch, sie und Fred voneinander zu trennen. Sie wurde daraufhin untersucht und man stellte fest, dass sie schwanger war. Da sie minderjährig war, wurde sie erneut in Obhut genommen, aber schon am 6. März wieder daraus entlassen, unter der Bedingung, dass sie ihre Schwangerschaft abbrechen müsse. Doch Rose entschied sich dafür, bei Fred zu leben, was dazu geführt habe, dass ihr Vater sie endgültig verstoßen habe. Drei Monate später zog das Paar von der Wohnung in Cheltenham in eine Erdgeschosswohnung in der Midland Road in Gloucester. Am 17. Oktober 1970 brachte Rose schließlich auch ihr erstes Kind zur Welt, eine Tochter, die sie Heather Anne nannte. Tatsächlich gab es jedoch auch Gerüchte, dass Fred gar nicht der leibliche Vater dieses Kindes sei, sondern Rose eigener Vater. Nur zwei Monate nach der Niederkunft ihres ersten Kindes musste Fred erneut ins Gefängnis, wegen Diebstahls. Er blieb bis zum 24. Juni 1971 inhaftiert. Während dieser Zeit, gute sechs Monate, musste sich Rose, die selbst gerade erst 17 Jahre alt geworden war, um die drei Mädchen kümmern. Es wird angenommen, dass der Druck, sich um drei kleine Kinder zu kümmern, während sie selbst quasi noch ein Kind gewesen sei, zu viel für sie war. Laut der späteren Aussage von Anne-Marie seien sie und Charmaine während der Zeit, in der sie unter Roses Obhut in der Midland Road lebten, häufig körperlich und emotional misshandelt worden. Anne-Marie habe darauf selbst im Allgemeinen eher unterwürfig reagiert. Doch die achtjährige Charmaine habe darauf wütend reagiert und sich stoisch geweigert zu weinen oder irgendein anderes Zeichen von Angst, Trauer oder dergleichen zu zeigen, ganz egal, wie streng sie behandelt worden sei. Sie habe mit ihrer Halbschwester Anne-Marie immer wieder darüber gesprochen, da sie fest daran glaube, dass ihre Mama zurückkommen und sie retten würde. Laut Anne-Marie soll Charmaine Rose oft mit Aussagen wie »Meine echte Mama würde uns nicht beschimpfen oder anschreien« verärgert haben. Auch andere konnten später berichten, wie schlecht Rose vor allem Charmaine behandelt haben soll. So berichtete Tracy Giles, eine Freundin von Charmaine, die auch im selben Haus wohnte später, dass sie sich an einen Vorfall erinnern würde, als sie unangekündigt die Wohnung der Wests betreten habe und Charmaine nackt auf einem Stuhl stehend gesehen habe, geknebelt und mit einem Gürtel auf dem Rücken gefesselten Händen. Während Rose mit einem großen Holzlöffel in der Hand neben dem Kind gestanden habe. Charmaine habe auf sie jedoch keinen verstörten Eindruck gemacht. Im Gegenteil, sie habe in dieser Situation ruhig und unbekümmert auf sie gewirkt, während die Schwester Anne-Marie mit ausdruckslosem Gesichtsausdruck in der Nähe gestanden habe. Aus den Krankenhausakten von Charmaine geht zudem hervor, dass sie am 28. März 1971 wegen einer schweren Stichwunde am linken Knöchel in der Notaufnahme der Gloucester Royal Hospital behandelt worden war. Rose begründete diesen Vorfall mit einem Haushaltsunfall. Es wird angenommen, dass Rose Charmaine kurz vor Freds Entlassung aus dem Gefängnis in einem ihrer unberechenbaren Gewaltsausbrüchen ermordet hat. Es konnte nachgewiesen werden, dass das Mädchen am 15. Juni noch gelebt hat, denn Rose nahm sie und Anne-Marie und Heather mit zum Gefängnis, um Fred dort zu besuchen. Vermutlich starb sie am selben Tag oder kurz danach, denn später vor Gericht sagte die Mutter von Tracy Chiles, der Freundin von Charmaine, aus, dass ihre Tochter Charmaine habe besuchen wollen, doch sie habe von Rose an der Haustür gesagt bekommen, dass Charmaine zu ihrer Mutter gegangen sei. Wie der Familie Chiles erklärte Rose das Verschwinden des Mädchens auch anderen, die sich nach ihrem Verbleib erkundigten, so etwa der Grundschule, die Charmaine besucht hatte. Sie behauptete, dass deren Mutter Rina West ihre älteste Tochter abgeholt und zu sich nach Bristol gebracht habe. Wie genau Charmaine starb, konnte ich nicht herausfinden, aber Rose soll ihre Leiche im Kohlenkeller im Haus in der Midland Road versteckt haben, bis Fred am 24. Juni aus dem Gefängnis entlassen worden sei. Zunächst habe diese sich jedoch um Anne-Marie gekümmert, die sich Sorgen um den Verbleib ihrer Schwester gemacht haben soll. Er soll Rose Version bestätigt haben, Rina habe die Schwester abgeholt und nach Schottland mitgenommen. Das Mädchen wollte natürlich von ihm wissen, warum die Mutter nicht auch sie mitgenommen habe. Daraufhin soll er geantwortet haben, sie würde dich nicht wollen, Liebes, du hast die falsche Farbe. Eine Anspielung darauf, dass Charmains leiblicher Vater asiatische Abstammung gewesen war. Fred vergrub schließlich Charmains Leiche im Hof des Hauses. Es heißt, man habe ihr Grab aus dem Küchenfenster sehen können. Als ihre Leiche viele Jahre später gefunden wurde, stellte man fest, dass auch ihr die Finger und Zehen entfernt worden waren. Wie zuvor bei Freds ersten Opfer, Anna McFall. Das Wissen, das Rose Charmaine ermordet hatte, soll Fred dazu benutzt haben, Einfluss und Kontrolle aus sie aufzuüben. Eine Person jedoch konnte man nicht einfach mit der erfundenen Erklärung zu Charmains Verschwinden abspeisen. Rina, die immer noch Freds Ehefrau war und die Mutter von Charmaine und Anne-Marie. Sie hatte durchaus weiterhin versucht, Kontakt mit ihren Mädchen zu halten, nachdem sie nach Schottland zurückgekehrt war und soll auch in der zweiten Augusthälfte des Jahres 1971 Freds Familie in Mutchmarsel besucht haben, um sich nach dem Verbleib und dem Wohlergehen ihrer Kinder zu erkundigen. Freds Schwägerin sagt später aus, dass sie sich daran erinnere, dass Rina depressiv gewesen sei und sich große Sorgen um ihre Kinder gemacht habe. Sie erfuhr Freds neue Adresse in der Midland Road und schien versucht zu haben, ihn zur Rede zu stellen, wahrscheinlich um das Sorgerecht für ihre Töchter zu besprechen oder dieses einzufordern. Es war das letzte Mal, dass Rina lebend gesehen wurde. Es wird angenommen, dass sie durch Strangulation ermordet wurde, möglicherweise auf dem Rücksitz von Freds Auto und wahrscheinlich im bedrungenen Zustand, denn sie war Alkoholikerin. Das Mordmotiv war vermutlich, dass Fred fürchtete, dass durch Rina der Mordanschau Maine aufgedeckt werden könnte. Auch ihre Leiche sollte erst viele Jahre später entdeckt werden, zerstückelt und in Plastiktüten verpackt und in der Nähe einer Baumgruppe, nicht weit entfernt von Fred, ersten Opfer, Anna McFall. Auch hier fehlten die Finger und Zähne. Obwohl Fred offiziell noch verheiratet mit Rina war, heiratete er am 29. Januar 1972 Rose. Bei der Zeremonie, die im Standesamt von Gloucester stattfand, waren weder Familie noch Freunde eingeladen. Einige Monate später war Rose mit ihrem zweiten Kind schwanger und das Ehepaar zog schließlich von der Midland Road in das Haus in der Cromwell Street 25. Das dreistöckige Haus, welches sich in der Nähe des Stadtzentrums von Gloucester befand, wurde zunächst gemietet, dann später von Fred von der Stadtverwaltung gekauft, für den Preis von 7.000 Pfund, was Stand 2021 in etwa 98.000 Pfund entsprach. Die Zimmer im obersten Stockwerk startete Fred mit Betten aus, um Zimmer vermieten zu können und so das Einkommen der Familie aufzubessern. Er ließ zudem einen Herd und ein Waschbecken auf dem Treppenabsatz im ersten Stock installieren, damit die Untermieter nicht seine privaten Räumlichkeiten im Erdgeschoss betreten mussten und so eine gewisse Privatsphäre gewahrt werden konnte. Auch gab es die Regel, dass der Garten hinter dem Anwesen nur von Mitgliedern der Familie betreten werden durfte. Am 1. Juni 1972 brachte Rose ihre zweite Tochter zur Welt. Sie wurde May June genannt. Kurz nach der Geburt begann Rose schließlich selbst in einem der Zimmer des Hauses als Prostituierte zu arbeiten. Sie schaltete hierfür auch eine Anzeige in einem lokalen Kontaktmagazin, das vor allem Männer indischer Abstammung ansprechen sollte. Es heißt, das soll auf Freds Wunsch hin geschehen sein. Es heißt auch, dass Rose privat unzählige Affären gehabt habe, sowohl mit Männern als auch mit Frauen. Zum einen mit Personen, die im Haus zu Untermiete gelebt hätten, zum anderen auch mit Arbeitskollegen von Fred. Vor allem in den intimen Beziehungen mit anderen Frauen habe sich der Grad ihrer Brutalität langsam immer weiter gesteigert, indem sie ihre Partnerinnen zum Beispiel zeitweise am Atmen gehindert habe. Wenn die Frauen sich gewehrt oder Schmerzen oder Angst geäußert hätten, habe das Rose sehr erregt und sie habe dann gefragt, bist du nicht Frau genug, um es zu ertragen? Fred habe das nicht nur gebilligt, er sei oft selbst Teil der sexuellen Aktivitäten gewesen. Beide sollen eine besondere Freude an jeder Form von Geschlechtsverkehr gehabt haben, die ein hohes Maß an Dominanz, Schmerz und Gewalt beinhalteten. Sie hätten deshalb auch eine große Sammlung von Bondage und Fesslungsgeräten besessen und später auch Zeitstriften und Fotografien und Videos gesammelt, auch aus dem Bereich Tiere und Kinder. Der Raum, den Rose für die Prostitution nutzte, sei im ganzen Haus als Mandys Room bekannt gewesen. Denn Mandy war der Name, den Rose bei ihren Kunden verwendete. Es habe mehrere Gucklöcher gegeben, damit der voyeuristisch veranlagte Fred die Möglichkeit hatte, sie bei der Arbeit mit ihren Kunden zu beobachten. Fred habe auch ein Babyphone im Zimmer installiert, sodass er überall im Hause habe zuhören können. Mandys Room verfügte über eine private Bar und ein rotes Licht an der Tür, das anzeigte, wenn sie nicht gestört werden wollte. Den einzigen Schlüssel zu diesem Zimmer habe Rose immer um den Hals getragen. Zudem habe Fred eine separate Türklingel installiert, sodass ihre Kunden sich direkt dort ankündigen konnten. Ein Großteil des Geldes, das Rose mit der Prostitution verdient habe, sei für Arbeiten an dem Haus ausgegeben worden. Jedoch ist es unwahrscheinlich, dass dies auf Freds Betreiben hingeschah, denn die Finanzen der Familie soll Rose verwaltet haben. Und auch Fred soll ihr seine Gehaltschecks abgegeben haben. So sei im Keller des Hauses auch der Raum entstanden, in dem schließlich auch gefoltert und gemordet wurde. Im Oktober 1972 lernten Fred und Rose die 17-jährige Caroline Owens kennen. Das Mädchen war nachts auf einer abgelegenen Landstraße als Tramperin unterwegs. Sie wollte von Tweaksbury zurück nach Hause in Cinderford, nachdem sie ihren Freund besucht hatte. Es war das Auto der Wests, in das sie einstieg. Als Fred und Rose erfuhren, dass Caroline erhebliche Probleme mit ihrem Stiefvater habe und auf der Suche nach einem Job sei, boten sie ihr eine Teilzeitbeschäftigung als Kindermädchen für ihre drei Kinder an, mit dem Versprechen, dass sie jeden Dienstag nach Hause gefahren werden würde. Caroline nahm das Angebot an und zog nur wenige Tage später in die Cromwell Street 25. Sie teilte sich dort ein Zimmer mit Anne-Marie, Rinas zweiter Tochter. Da Rose zu dieser Zeit bereits mit der Prostitution begonnen hatte, wunderte sich Caroline schnell, dass in dem Haus viele Männer ein- und ausgingen und erkundigte sich bei Rose danach. Diese behauptete, als Masseurin zu arbeiten und Caroline schien das zunächst zu glauben. Als sie jedoch schon bald selbst mit sexuellen Awardsen seitens der Wests konfrontiert wurde, verließ sie die Cromwell Street 25 und kehrte nach Hause zurück. Fred und Rose wollten sie aber nicht so einfach ziehen lassen. Sie kannten Carolines Angewohnheit, per Anhalter zwischen Cinderford und Tweaksbury zu pendeln und beschlossen, die junge Frau zu entführen. Fred gab später zu, dass seine Absicht der Entführung von Caroline gewesen sei, sie sexuell zu missbrauchen und auch zu töten. Er habe herausfinden wollen, wie weit Rose bereit wäre, ihm zu helfen. Am 6. Dezember 1972 lockten sie schließlich Caroline unter einem Vorwand in ihr Auto. Sie erklärten, sich für ihr früheres Verhalten entschuldigen zu wollen und boten ihr an, sie nach Hause zu fahren. Caroline sagte später aus, dass sie das Gefühl gehabt habe, dass die beiden sich wirklich aufrichtig bei ihr entschuldigen wollten und sie eventuell sogar deren Verhalten falsch verstanden habe. Deshalb sei sie in das Auto gestiegen. Rose habe sich zu ihr auf den Rücksitz gesetzt und gesagt, sie wolle ein Mädelsgespräch mit ihr führen, während Fred fuhr. Kurz darauf habe Rose angefangen, sie zu streicheln und Fred habe sich erkundigt, ob sie an diesem Abend Geschlechtsverkehr mit ihrem Freund gehabt habe. Als Caroline begann, sich gegen die Annäherungsversuche zu wehren, habe Fred das Auto angehalten, sie beschimpft und sie bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen. Er und Rose sollen sie dann mit einem Schal und Klebeband gefesselt und geknebelt und sie schließlich in den Keller in der Cromwell Street 25 gebracht haben. Dort wurde sie von dem Ehepaar sexuell missbraucht, gefoltert und auch unter Drogen gesetzt. Am nächsten Tag war sie weiterhin im Keller eingesperrt und schrie um Hilfe. Fred habe wohl befürchtet, dass eines seiner Kinder die junge Frau entdecken könnte und gedroht, sie zu ermorden. Er habe behauptet, bereits hunderte von jungen Mädchen getötet zu haben. Er habe ihr gesagt, dass sie in erster Linie zu Roses Vergnügen in das Haus gebracht worden sei. Er und Rose hätten sie dann ruhig gefragt, ob sie in Betracht ziehen würde, wieder für sie als Kindermädchen zu arbeiten. Caroline stimmte zu, denn sie sah darin einen möglichen Fluchtweg. So putzte sie das Haus und später am Tag gelang ihr tatsächlich die Flucht, als Rose sie zu einem Waschsalon mitnahm. Sie ging zurück nach Hause, schämte sich anfangs aber zu sehr, um jemandem zu erzählen, was passiert war. Doch als ihre Mutter die Striemen, Blutergüsse und schlimmeren Verletzungen an ihrem Körper bemerkte, brach sie schließlich in Tränen aus und erzählte von ihrem Martyrium. Carolines Mutter erstattete sofort Anzeige, woraufhin Fred und Rose verhaftet und wegen Körperverletzung und Vergewaltigung angeklagt wurden. Der Fall sollte am 12. Januar 1973 vor dem Gloucester Magistrates Court verhandelt werden, aber Caroline hatte nicht die Kraft, um sich einer zeugigen Aussage stellen zu können und so konnten Fred und Rose nur wegen unsittlicher Körperverletzung schuldig gesprochen werden. Und kamen jeder mit einer Geldstrafe von 50 Pfund davon. Als Caroline diese Nachricht erhielt, unternahm sie einen Suizidversuch. Im späteren Mordprozess jedoch sollte sie zu einer der Hauptbelastungszeuginnen werden. An dieser Stelle des Videos müssen wir uns kurz dem Familienleben des Ehepaars widmen. Nur wenige Monate nach der Verurteilung zu einer Geldstrafe im Fall von Caroline Owens brachte Rose im August 1973 ihren ersten Sohn Stephen zur Welt. Insgesamt heißt es, dass sie acht Kinder zur Welt gebracht habe, doch mindestens drei davon stammten nicht von Fred, sondern von ihren Kunden, die überwiegend indische Abstammung gewesen seien. Bekannt sind neben den beiden Töchtern Heather und May und dem Sohn Stephen die 1978 geborene Tochter Louise, ein weiterer Sohn Barry, er wurde 1980 geboren, Rosemary Junior, folgte 1982 und Louisiana im Jahre 1983. Jedem der Kinder wurde bereits ab dem Alter von sieben Jahren viele tägliche Aufgaben im Haushalt zugeteilt. Nur selten durften sie das Haus verlassen, um etwa mit anderen Kindern zu spielen. wenn dann nur in Anwesenheit von Fred oder Rose. Im Hause West herrschten strikte Regeln, wurden diese nicht befolgt, zog das harte körperliche Strafen mit sich. Man habe beide Elternteile gefürchtet, doch vor allem Rose sei unberechenbar gewesen. Sie achtete aber stets darauf, dass die Gesichter und Hände der Kinder unversehrt blieben, sodass Außenstehenden der körperliche Missbrauch verborgen blieb. Zwei der Kinder hätten auch versucht, der Gewalt zu entkommen, so soll erst Heather, später auch ihr jüngerer Bruder Steven, von zu Hause weggelaufen sein. Mehrere Wochen hätten sie abwechselnd im Freien geschlafen oder seien bei Freunden untergekommen. Schließlich kehrten sie dann doch wieder in die Cromwell Street 25 zurück. Ihr Weglaufen wurde mit Schlägen hart bestraft. Zwischen den Jahren 1972 und 1992 seien die Kinder von Fred und Rose insgesamt 31 Mal in die Notaufnahmen der örtlichen Krankenhäuser eingeliefert worden. Die Verletzungen wurden als Unfälle dargestellt und nie dem Sozialdienst gemeldet, obwohl es durchaus vorkam, dass es leichte Verletzungen mit einem Messer waren. Auch sexueller Missbrauch fand statt. Es traf Anne-Marie, die noch lebende Tochter von Rina. Sie soll erst acht Jahre alt gewesen sein, als ihr Materium begann. Sie soll zu den ersten gezählt haben, die im Keller missbraucht worden sei, nachdem er für die Folter von Frauen umgebaut worden war. Sowohl Fred als auch Rose waren daran beteiligt und unter Androhung schwerer Schläge verboten sie dem Mädchen mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Im Alter von 13 Jahren wurde Anne-Marie auch zur Prostitution gezwungen, wobei Rose den Kunden erzählt habe, dass sie schon 16 Jahre alt sei. Sie soll bei den Taten noch immer mit im Raum gewesen sein, um sicherzustellen, dass Anne-Marie nicht ihr wahres Alter verraten würde. Ihr Materium endete erst, als sie ihr Elternhaus schließlich verließ und bei ihrem Freund einzog. Wie alt sie da war, konnte ich jedoch nicht herausfinden. Fred soll seine Aufmerksamkeit nun auf Anne-Maries jüngere Geschwister Heather und May gerichtet haben. Doch Heather habe sich ihm widersetzt und vermutlich gedroht, zur Polizei zu gehen. Sie wurde 1987 im Alter von nur 16 Jahren ermordet, vermutlich von Rose. Es heißt, Heather habe am meisten unter ihrer Mutter geleiden müssen. Rose habe sich immer an ihr abreagiert, wenn sie zum Beispiel wütend war auf einen ihrer Freier. Heather verstarb an den Folgen eines Schädelbruchs. Rose soll das Mädchen oft getreten haben, auch gegen den Kopf. So sagte das später auch ihr jüngerer Bruder Barry vor Gericht aus. Auch ihre Leiche wurde zerstückelt. Vergraben wurde sie unter der Gartenterrasse. Heather war vermutlich das letzte Mordopfer von Fred und Rose, doch später sollte ihre Leiche als erste gefunden werden. Das Verschwinden ihrer Tochter erklärten sie Nachbarn damit, dass Heather zum Arbeiten nach Devonshire gegangen sei. Später hätten sie die Geschichte dahingehend geändert, dass Heather mit einer Geliebten abgehauen sei. Es heißt, sie hätte gelegentlich Telefonanrufe von Heather vorgetäuscht, um den Verdacht ihrer Geschwister bezüglich ihres Verschwindens zu zerstreuen. Dennoch habe er seinen Kindern bei schlechten Benehmen immer wieder auch damit gedroht, indem er scherzhaft sagte, wenn du dich nicht benimmst, landest du wie Heather unter der Terrasse. Erwähnenswert im Kapitel Familienleben ist wohl auch, dass Bill, der Vater von Rose, im Jahre 1977 dazu überging, Fred als seinen Schwiegersohn zu akzeptieren. Sie sollen sogar gemeinsam ein Café eröffnet haben, das sie The Green Lantern nannten. Doch das wurde bald schon zahlungsunfähig. Eine Quelle besagt auch, dass Bill selbst die Cromwell Street 25 besucht habe, um die Dienste seiner Tochter in Anspruch zu nehmen. Ob damit gemeint war, dass er dort Prostituierte aufsuchte, die dort zu Untermiete lebten, oder tatsächlich seine eigene Tochter, blieb da etwas unklar. An dieser Stelle kann ich nur kurz allgemein auf die Morde eingehen, dann werden wir einen zeitlichen Sprung in das Jahr 1992 unternehmen müssen. Denn tatsächlich ist es schwer zu rekonstruieren, wie die weiteren Morde der West stattfanden. Alles, was ich über die bekannten Opfer der West herausfinden konnte, folgt im späteren gleichnamigen Kapitel. Das Ehepaar habe immer wieder junge Frauen in das Horrorhaus, wie es später von den Medien bezeichnet wurde, gelockt. Meist unter dem Vorwand, für sie als Kindermädchen oder Haushaltshilfe arbeiten zu können. Kost und Luschi wurde zugesichert. Zudem sprach das Ehepaar auch junge an, vor allem junge Ausreißerinnen, denn nach ihrem Verbleib wurde kaum gefragt. Nicht alle ihre Opfer wurden auch ermordet, aber gesichert ist, dass sie zwischen 1973 und 1978 mindestens acht Frauen, nachdem sie sexuell missbraucht wurden, auch ermordet haben, darunter die hochschwangere Shirley Robinson. Sie alle wurden nach dem Mord zerstückelt und im Haus oder im Garten vergraben. Die Entdeckung ihrer schrecklichen Taten begann damit, dass Opfer sexuellen Missbrauchs, die nicht einem Mord zum Opfer gefallen waren, Anzeige erstattet haben. Es erfolgte eine Hausdurchsuchung und man fand Beweise für Kindesmissbrauch. So wurden Fred West am 6. August 1992 verhaftet und beschuldigt, seine 13-jährige Tochter, ich schätze mal Louise, mehrfach vergewaltigt zu haben. Auch Rose wurde wegen Kindesmisshandlung verhaftet. Doch ihr Verfahren wurde am 7. Juni 1993 eingestellt, dass sich ihre Tochter und eine weitere wichtige Zeugin weigerten, vor Gericht auszusagen. Dennoch wurden nun alle fünf jüngeren Kinder der West aus ihrer Obhut genommen und in Pflegefamilien untergebracht. Da jedoch bei den Ermittlungen auch der Missbrauch von Anna Marie sowie das Verschwinden von Germaine und Heather aufgedeckt worden waren, stellte man weitere Ermittlungen an. Es tauchte auch das Gerücht auf, dass Heather im Garten des Hauses in der Cromwell Street 25 vergraben worden sein soll. Im Februar 1994 konnte schließlich ein Durchsuchungsbefehl für das Haus und den Garten erwirkt werden. Man fand zunächst die sterblichen Überreste von zwei Frauen, von denen die Behörden vermuteten, dass es sich um Heather und Shirley Robinson handeln könnte. Fred West übernahm schließlich die alleinige Verantwortung für die Morde und als Rose von dem Geständnis erfuhr, leugnete sie selbst jegliches Wissen Für die Ermittler sehr überraschend berichtete Fred West von weiteren Leichen, die sich im Keller und im Garten des Hauses befinden würden. Sieben weitere Leichen konnten geborgen werden. Viele der Leichen wiesen auf bestialische Folterungen hin. Manche der Schädel waren in Folien gewickelt, andere nur noch von verrottenden Ledergürteln zusammengehalten. Fred West ging sogar noch weiter und enthüllte den Verbleib der sterblichen Überreste seiner ersten Frau Rina und seiner geliebten Anna McFall sowie seiner Tochter Charmaine, die ja alle außerhalb des Hauses in der Cromwell Street begraben worden waren. Als sich die Anklage gegen sie entwickelte, versuchte Rose zunehmend sich von ihrem Ehemann zu distanzieren, indem sie behauptete, selbst ein Opfer zu sein. Ihr Mann habe die kriminellen Handlungen alleine begann. Sie behauptete sogar, versucht zu haben, einen der sexuellen Übergriffe ihres Mannes versucht haben, zu stoppen. Die Indizien und Beweise sprachen jedoch eine andere Sprache und so sah man es als ausreichend an, sie des neunfachen Mordes an den jungen Frauen, deren Leichen in der Cromwell Street 25 gefunden wurden, anzuklagen. Fred wurde zusätzlich noch wegen drei weiterer Morde angeklagt, die er vor seiner Ehe mit Rose seiner ersten Ehefrau Rina und seiner erstgeborenen Tochter Charmaine. So wurde er am 13. Dezember 1994 wegen zwölffachen Mordes angeklagt und im Vincent Green Gefängnis in Burningham in Gewahrsam genommen. Er musste sich vor Gericht jedoch nicht mehr für seine Taten verantworten, denn er nahm sich am 1. Januar 1995 in seiner Zelle das Leben. Er erhängte sich mit einem Bettlaken. Seine Ehefrau Rose musste sich jedoch vor Gericht verantworten. An dieser Stelle sei angemerkt, dass ich nur kurz auf den Gerichtsprozess eingehen werde. Das Video würde sonst jeden Rahmen sprengen, um mir was wichtiger im nächsten Kapitel auf die bekannten Opfer eingehen zu können, zumindest so weit wie ich in der Lage war, Informationen über sie zu finden. Wie immer sind jedoch alle Quellen in der Infobox verlinkt und so könnt ihr auch hierzu mehr Informationen nachlesen. Dort findet ihr auch eine Quelle, die zu einer Transkription zu den Verhören mit Rose West führt. Bei ihrer Vorverhandlung im Februar 1995 plädierte Rose weiterhin auf nichts schuldig in den mittlerweile zehn Anklagepunkten des Mordes. Denn nach Freds Suizid war der Mord an Charmaine zu den ursprünglichen Neuen hinzugekommen. Am 3. Oktober 1995 begann schließlich das Gerichtsverfahren vor dem Winchester Crown Kurt. Zeugen darunter auch Angehörige der Opfer sowie Roses Mutter Daisy und ihre Schwester Glenys, aber auch überlebende Opfer, darunter Anne-Marie West, ihre Stieftochter, Catherine Halliday, eine ehemalige Liebte von Fred und Rose, Caroline Owens, die wie beschrieben dem Tod nur knapp entkommen konnte, und eine Miss A, die im Jahre 1977 im Alter von 14 Jahren von Fred und Rose sexuell missbraucht worden sein soll und Rose als die aggressivere Täterin der beiden beschrieb. Ihr Verteidiger versuchte dahingehend zu argumentieren, dass Beweise für Körperverletzung kein Beweis für Mord seien. Auch wollten sie verhindern, dass Rose selbst vor Gericht aussagt, doch sie entschied sich für eine Aussage. dabei sei sie im Affekt mal mürrisch und tränenreich, mal optimistisch und humorvoll gewesen, oft im Kontext unpassend. So habe sie geweint, als sie sich selbst als Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch beschrieb, dass naiv einen gewalttätigen und herrschsüchtigen Mann geheiratet habe, aber Witze über Themen wie immer schwanger sein gemacht. Sie behauptete zudem, Sex der Opfer, die in der Cromwell Street gefunden worden waren, nie getroffen zu haben und sich auch selbst kaum an den Angriff auf Caroline Owens zu erinnern. Sie behauptete auch, dass sie und Fred in der Cromwell Street 25 getrennt gelebt hätten, was Aussagen von Zeugen widersprach, die sie besucht hatten oder bei ihnen zu Unchimite wohnten. In Bezug auf die Beziehung zu ihrer ältesten Tochter Heather gab Rose zu, dass diese angespannt gewesen sei. Sie behauptete vor Gericht, Heather sei lesbisch gewesen und sei ihre Geschwister physisch und psychisch angegangen, habe diese missbraucht. Rose behauptete, ihre Tochter dennoch geliebt zu haben und nichts von ihrer Ermordung gewusst zu haben. Die Beweisaufnahme dauerte insgesamt sieben Wochen. Am Ende wies der Richter Mantell die Geschworenen nochmals darauf hin, dass wenn zwei Personen an einem Mord beteiligt seien, das Gesetz sie als gleich schuldig ansehe, unabhängig davon, wer von ihnen die Tat begannen habe. Am 21. und 22. November 1995 fällten die Geschworenen schließlich einstimmig ihr Urteil, schuldig für alle zehn Morde. Sie wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, also zu mindestens 25 Jahren Gefängnis mit der anschließenden Möglichkeit auf Bewährung. Doch ihre Strafe wurde jedoch vom Innenminister Jack Straw geändert. Sie erhielt den Whole Life Tariff, wodurch jede Möglichkeit einer Bewährung ausgeschlossen wurde. Dies war erst das zweite Mal in der Geschichte der Neuzeit, dass eine Britin zum Tode im Gefängnis verurteilt wurde. Die andere war die Sälenmörderin Myra Hindley. Rose weigerte sich, ihre Verurteilung zu akzeptieren und legte 1996 sowie im Jahre 2000 Berufung ein. Sie behauptete, dass neue Beweise aufgetaucht seien, die sie entlasten würden und dass das große Medien Interesse einen fernen Prozess damals verhindert hätten. Die Beschwerde von 1996 wurde zurückgewiesen. Die des Jahres 2000 ließ sie schließlich selbst fallen. Es heißt, sie soll sich am 1. September 1997 mit Steven Selywan, einen ebenfalls inhaftierten Sexualverbrecher, verlobt haben. Im Januar 2003 geriet Rose dann erneut in den Fokus der Medien, als behauptet wurde, dass sie sich mit Dave Glover, dem Bassisten der Rockgruppe Slade, verlobt habe. Glover bestritt, dass es eine Verlogung gegeben habe und sagte, dass sie Medienaufmerksamkeit über seine Briefe an Rose in seine Position in der Band gekostet habe. Tatsächlich verlor er auch seinen Platz in der Band. Die letzte Information, die ich finden konnte, war, dass am 10. Dezember 2017 berichtet wurde, dass bei Rose ein irreversibles Glaukom diagnostiziert worden sei. Ich konnte aber kein Sterbedatum finden, so liegt also nahe, dass sie auch heute noch lebt. An dieser Stelle will ich noch mal genauer auf die bekannten Opfer eingehen. Es muss angemerkt werden, dass ihr einziges bekanntes Opfer nach 1979 ihre Tochter Heather war. Doch die Ermittler gehen davon aus, dass das Paar mehr Frauen ermordet hat. Für die Jahre 1976 bis 1977 und 1980 bis 1986 sind jedoch keine Morde bekannt. Ebenso nicht für die Jahre 1988 bis 1992. So geht man von 13 Opfern aus. Auch wenn Fred nach seiner Festnahme gestanden haben soll, bis zu 30 Menschen ermordet zu haben. Anne McFall Als erstes Opfer von Fred West gilt die damals 18-jährige gebürtige Schottin Anne McFall. Sie arbeitete als Kindermädchen für Fred Wests Kinder aus erster Ehe mit Catherine Costello. Über sie weiß man, dass sie nach der Schule zunächst in einer Strickwarenfabrik in Glasgow gearbeitet hatte und im Jahre 1966 mit Freunden in die Gegend von Gloucester gezogen war. Sie wurde dann Fred Wests Kindermädchen, zog mit ihm in seinen Wohnwagen und wurde schließlich auch seine Geliebte, in der Zeit, als dessen Ehefrau weg war. Sie herausfinden, aber ihre Leiche und die ihres ungeborenen Kindes wurden schließlich auf einem Feld in Camp Play in der Nähe von Fred Wests Heimatdorf Mordsch Marsel in Herfordshire gefunden. Es gab zwar keine forensischen Beweise, die Fred Wests mit dem Mord an Anne McFall direkt in Verbindung gebracht haben, doch der Zustand der Leiche sowie die Abmessung der Grabstätte entsprach dem Modus Operandi von ihm. Catherine Costello Auch Fred Wests zweites Opfer war gebürtige Schottin, Catherine genannt Rina Costello. Sie wurde am 14. April 1944 geboren und war Fred Wests erste Ehefrau. Sie und West heirateten 1962 in Leadbury, als sie mit dem Kind eines anderen Mannes schwanger war. 1963 brachte sie dann ihre erste Tochter Charmaine zur Welt. Ein Jahr später dann die Tochter Anne Marie. Es heißt, sie habe eine starke Persönlichkeit gehabt, sei tough gewesen. Sie habe Fred 1969 verlassen, nach Berichten über Gewalt und sexuellen Missbrauch, den sie erfahren musste. Freund und Familie verloren 1971 den Kontakt zu ihr. Es wird vermutet, dass Fred sie getötet hat, um zu verhindern, dass sie eine Untersuchung wegen dem Verschwinden ihrer Tochter Charmaine auslösen könnte. Ihre sterblichen Überrüste wurden auf einem Feld in Campley gefunden, in der Nähe des Ortes, an dem Anne McFall begraben wurde. Sie wurde nur 26 Jahre alt. Charmaine West Rina Rina Costellos Tochter Charmaine West, geboren am 22. Februar 1963, wurde dann Rose Wests erstes Opfer. Sie wurde im Juni 1971 getötet, als Fred im Gefängnis saß. Das Motiv konnte nur vermutet werden. Einmal heißt es, Rose sei eilversüchtig auf das kleine Mädchen gewesen. Eine andere Erklärung bringt an, dass Rose mit den Kindern alleine überfordert gewesen sei. Linda Goff wurde am 1. Mai 1953 geboren und lebte mit ihrer Familie in Gloucester. Sie besuchte dort die örtliche Grundschule und schrieb sich dann in einer Privatschule in der Midland Road ein. Später arbeitete sie als Näherin und freundete sich mit einem der Untermieter im Haus der Wests in der Cromwell Street 25 an. Es wird angenommen, dass sie sich auch sexuell mit einigen der Besucher eingelassen habe. Linda verschwand im April 1973 im Alter von 19 Jahren. Sie wurde von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Es heißt, Lindas Mutter habe Rose angetroffen in den Kleidern ihrer verschwundenen Tochter. Rose habe ihr erzählt, dass Linda umgezogen sei. Ihre sterblichen Überreste wurden in einer ehemaligen Autoinspektionsgrube in einer Garage gefunden, die in ein Badezimmer in der Cromwell Street 25 umgebaut worden war. Carol Ann Cooper, genannt Cass, wurde am 10. April 1958 in Lutton, Bedfordshire geboren und lebte später in einem Kinderheim in Worcester. Im November 1973 hatte sie die Erlaubnis erhalten, das Wochenende bei ihrer Großmutter zu verbringen. Eine Quelle besagt, dass sie auf dem Heimweg vom Kino verschwunden sei. Eine andere, dass sie verschwand, nachdem sie nach einer langen Partynacht in einen Bus gestiegen sei. Es war auf jeden Fall ihre Großmutter, die sie am 10. November vermisst meldete. Es wurden von den Ermittlern auch umfangreiche Nachforschungen angestellt, man konnte sie aber nicht ausfindig machen. Ihre Leiche wurde schließlich im Keller des Hauses in der Cromwell Street 25 gefunden. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass die West sie wohl aufgegriffen haben mussten, als sie per Anhalter unterwegs war. Das sechste gesicherte Opfer war Lucy Catherine Partington. Sie wurde am 4. März 1952 in St. Albans geboren. Sie wurde als kluge und beliebte Frau beschrieben, die an der Universität von Exeter studierte. Am 20. Dezember 1973 kehrte sie nach Cheltenham zurück, um Weihnachten mit ihrer Familie zu verbringen. Zwei Tage später verschwand sie, nachdem sie einen Freund besucht hatte. Es wird angenommen, dass Rose und Fred West sie mit einem Auto entführten, als sie auf den Bus wartete. Ihre Mutter meldete sie bei der Polizei als vermisst, was eine groß angelegte Suchaktion auslöste. Es heißt, ihr Fall als derjenige angesehen wird, der Mittelschicht. Sie war eine gute Studentin und die Cousine des bekannten britischen Schriftsteller Martin Amos. Ihre sterblichen Überreste wurden schließlich auch im Keller des Hauses in der Cromwell Street 25 gefunden. Es gibt einige Hinweise darauf, dass sie nach ihrem Verschwinden noch einige Tage gelebt haben muss. Denn in den frühen Morgenstunden des 3. Januar 1974 suchte Fred ein Krankenhaus auf, denn Wunde, die genäht werden musste. Später fand man mit der Leiche von Lucy ein Messer. Man vermutet, dass es sich die damalige Verletzung zugezogen hatte, als er ihre Leiche zerstückelte. Das siebte bekannte Opfer war Teresa Siegenthaler, die am 27. November 1952 in der Schweiz geboren worden war. Sie soll die Schule zwar bereits im Alter von 16 Jahren verlassen haben, ihre schulische Ausbildung dann jedoch fortgesetzt und schließlich ein Studium der Sekretariatswissenschaften begonnen haben. Vermutlich kam sie Anfang der 1970er Jahre nach England, wo sie ihr Studium an Londoner College fortsetzte. An den Wochenenden soll sie in einem Ballettschuhgeschäft in Swiss Centre am Leicester Square gearbeitet haben. Sie verschwand im April 1974 zu Ostern, nachdem sie sich per Anhalter auf den Weg gemacht hatte, nach Irland zu reisen, um dort einen Freund zu besuchen. Es heißt, sie sei das Trampen gewohnt gewesen und habe zu Freunden immer gesagt, dass sie sehr gut auf sich selbst aufpassen könne. Irland, ihr Ziel erreichte sie nie. Jahrelang führte die Metropolitan Police Untersuchungen zu ihrem Verschwinden durch, erfolglos. Schließlich wurde auch ihre sterblichen Überreste im Keller der Cromwell Street 25 gefunden. Shirley Hubbard Sie war das jüngste Opfer, das in der Cromwell Street 25 gefunden wurde. Sie wurde am 26. Juni 1959 in Birmingham als Shirley Lloyd geboren, war jedoch auch als Shirley Owen bekannt. Ihre Eltern trennten sich, als sie erst zwei Jahre alt war. Und sie wurde in Obhut genommen. Im Jahre 1972 beschloss sie den Namen Hubbard zu benutzen. Offiziell wurde ihr Name jedoch nie geändert. Sie besuchte die Droywich High School und absolvierte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ein Praktikum bei Debenhams, einem Kaufhaus in Worcester. Am 14. November 1974 machte sie sich nach der Arbeit vermutlich auf dem Heimweg, verschwand jedoch spurlos. Auch ihre sterblichen Überreste wurden schließlich in der Cromwell Street 25 gefunden. Besonders makaber, ihr Kopf war komplett mit Klebeband bedeckt und man hatte ihr einen dünnen Gummischlauch eingeführt, durch den sie vermutlich vor ihrer Ermordung atmen atmen musste. Das neunte Opfer war die am 1. März 1957 geborene Johannita Marion Mott. Sie ging in Gloucester zur Schule, die sie 1972 verließ und dann verschiedene kurzfristige Jobs in der Stadt nachging. Von ihrer Persönlichkeit her sei sie sehr rebellisch, schwierig, willensstark sowie kontaktfreudig gewesen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens lebte sie bei einer Freundin ihrer Mutter in Newwand, einer Stadt nordästlich von Gloucester gelegen. Johannita verschwand im April 1975 im Alter von 18 Jahren. Vermutlich wollte sie nach Gloucester, um der Hochzeit einer Freundin beizuwohnen, die am nächsten Tag stattfand. Ihr Verschwinden wurde der Polizei nicht gemeldet, obwohl ihre Familie das Büro für vermisste Personen und die Medien kontaktiert haben sollen. Auch ihre sterblichen Überreste wurden im Keller der Cromwell Street 25 gefunden. Shirley Anne Robinson Shirley wurde am 8. Oktober 1959 in Lake Shire geboren geboren und lebte später sowohl eine Zeit lang in Deutschland als auch in den West Midlands. Schließlich wohnte sie bei Fred und Rose in der Cromwell Street 25. Sie arbeitete dort ebenso wie Rose auch als Prostituierte und wurde schließlich zu Freds Geliebten. Sie wurde von ihm auch schwanger und es heißt, sie selbst habe sich als Ersatz für Rose gesehen, worauf denn diese ihren Ehemann wohl gesagt habe, dass Shirley verschwinden müsse. Sie wurde im Mai 1978 zum letzten Mal lebend gesehen, da war sie im 8. Monat schwanger. Ihre Leiche und die ihres ungeborenen Kindes wurden schließlich im Garten des Hauses der West gefunden. Opfer Nummer 10 war Alison Chambers. Sie wurde am 8. September 1962 in Hannover in Deutschland geboren, wo ihr Vater in der RAF gedient haben soll. Später zog sie nach Swansea, Wales. Sie soll ein sehr rebellischer Teenager gewesen sein und im Alter von 16 Jahren in einem Kinderheim in Gloucester gelandet sein. Sie arbeitete dort für eine Anwaltskanzlei im Rahmen eines Jugendausbildungsprogrammes und verschwand im August 1979 kurz vor ihrem 17. Geburtstag. Ihr Verschwinden wurde dem Vermisstenbüro und der Polizei zunächst als Flucht aus dem Kinderheim gemeldet. Es war bekannt, dass sie häufig zu Besuch im Haus in der Cromer Street 25 gewesen sein soll. Ihre sterblichen Überreste wurden schließlich auch dort im Garten gefunden. Heather Ann West wurde als erste Tochter von Rose am 17. Oktober 1970 geboren und vermutlich im Juni 1987 ermordet. Es heißt, das Verhältnis zu ihrer Mutter Rose sei schon immer sehr schwierig gewesen. Ihre Gewaltausbrüche hätten sich vor allem gegen sie gewandt. In den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ihres Vaters sei sie nach dem Auszug aus dem Elternhaus ihrer Halbschwester Anne-Marie geraten. Sie stellte sich vermutlich gegen ihre Eltern und wollte eine Aussage bei der Polizei machen. Ihre Leiche wurde als erste in der Cromer Street 25 gefunden, unter der Gartenterrasse. Sie war vermutlich das letzte Mordopfer der beiden. Neben den zwölf bestätigten Opfern vermutet man auch, dass Fred im Jahre 1968 die 15-jährige Mary Bestolm ermordet hat. Doch ihre Leiche konnte bis heute nicht gefunden werden. Stephen, der älteste Sohn der Wests, sagte später aus, dass er fest daran glaube, dass der vermisste Teenager aus Gloucester ein frühes Opfer seines Vaters gewesen sei. Fred habe Berichten zufolgen auch damit geprahlt, den Mord an Mary begangen zu haben, während er sich im Jahre 1994 in Untersuchungshaft befand. Am Ende bleibt noch zu sagen, dass das Haus in der Cromwell Street 25 zusammen mit dem angrenzenden Grundstück im Jahre 1996 abgerissen wurde. Das Grundstück wurde nicht wieder bebaut, sondern dient heute als begrünter öffentlicher Weg, der ins Stadtzentrum führt. Eine meiner Meinung nach sehr gute Entscheidung, denn ich fürchte, das Haus, das für so viele Frauen zu einer Todesfalle wurde, wäre sonst zu einer makabren Pilgerstätte geworden. So, nun sind wir auch heute wieder am Ende des Falles angelangt. Diesmal tatsächlich ein recht bekannter Fall und deshalb zögerte ich auch zunächst, mich diesem Fall zu widmen. Wie in der Einleitung bereits erwähnt, stieß ich im Rahmen meiner Recherche zu meinem letzten Fall zu Anthony Arkwright darauf, als ich mich mit dem Whole Life Tariff beschäftigt habe. Eine Strafe, die in England und Wales nur sehr selten verhängt wird und auf der sich inklusive der dazu am 21. August 2023 verurteilten Lucy Lettby nur vier Frauen seit Einführung befinden. Ich denke, ihr Name dürfte bekannt sein. Ich selbst habe versucht, hier vor allem Rose' Anteil an den Verbrechen in den Fokus zu rücken, denn für mich gibt es viele Parallelen zu einem sehr bekannten deutschen Fall, dem sogenannten Horrorhaus von Höxter, die Frau Angelika W. Mich würde brennend eure Meinung hierzu interessieren. Lasst uns gerne wie immer in den Kommentaren hierzu diskutieren. Über ein Like und oder Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Auch würde ich gerne von euch wissen, wie ihr zu historischen Kriminalfällen steht. Ich hätte da einige interessante auf meiner Liste und würde sie euch gerne präsentieren. Vielleicht auch ein Video zu der ersten Frau, die zum Long Life Tariff verurteilt wurde. Zu Myra Hindley. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Jetzt aber bedanke ich mich erst einmal wieder für eure Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Genova Anima 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 Eure Genova Anima